Jo, servus liebe Leute und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren kleinen Gewinnspiel hier mit der Jumping Pasta Turbo. Wieder ein Jumping Gewinnspiel, wie versprochen im Anschluss auf das Video gibt es natürlich auch wieder das Gewinnspiel dazu. Genau wie bei der normalen Version und bei allen anderen Jumping Games gibt es immer was zu gewinnen. Einmal die PS4 Version Turbo kostet in der Regel 2,99 Euro und einer von euch hat die Möglichkeit das Ganze zu gewinnen. Alles was ihr dafür tun müsst, ihr wisst Bescheid, schreibt das Wort Turbo in die Kommentare. Wie immer bei der Turbo Version, das wird auch so bleiben, daran ändert sich nichts. Das Gewinnspiel geht dann auch bis am Dienstag. Wie gesagt, alle Jumping Gewinnspiel Auslosungen finden immer dienstags statt. So haben auch erstens mal mehr Leute die Möglichkeit noch mitzumachen, das geht ein bisschen länger. Und Dienstag ist für mich ein guter Tag, da kann ich das immer gut machen. Und ja, dann wünsche ich euch allen viel Glück beim Mitmachen, viel Spaß vor allem, vielen lieben Dank für euren ganzen Support. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, bis dahin, macht's gut und servus. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wir sehen uns im Landing. Untertitelung des ZDF für funk, 2017